Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Jetzt patchen. Exploit-Code für kritische Lücke in Apache HugeGraph im Umlauf. Sicherheitslücke in Apache HugeGraph entdeckt. Exploit-Code verbreitet sich rasant. In den letzten Tagen hat sich ein schwerwiegender Exploit-Code für eine kritische Sicherheitslücke im Open-Source-Graph-Datenbank-System Apache HugeGraph in der Hacker-Szene verbreitet. Das Software Engineering Institute, SCI, der Carnegie Mellon University sowie mehrere unabhängige Sicherheitsforscher haben diese Entwicklung bestätigt und warnen vor erheblichen Risiken. Am 2. Juni wurde eine Sicherheitslücke von einem Team Sicherheitsforscher der Firma Redway Solutions entdeckt, die alle Versionen von Apache HugeGraph bis Version Nullconcenic 4 betrifft. Diese Lücke ermöglicht es Angreifern, ohne Authentifizierung aus der Ferne auf die Datenbank zuzugreifen und böswilligen Code auszuführen. Das CFI-Programm Common Vulnerabilities and Exposures hat dieser Schwachstelle die Kennung CFI 2.2.4.1.2.2 zugewiesen. Wie die Sicherheitsforscherin Dr. Elena Martinez in ihrem Blog erklärt, liegt die zugrunde liegende Schwachstelle in einem Fehler bei der Verarbeitung von HTTP-Anfragen durch HugeGraph. Durch unzureichende Eingabe-Validierung können Angreifer speziell gestaltete Anfragen senden, um schlecht geschriebene Skripte im System auszunutzen. Dies führt dazu, dass bösartiger Code in der Serverumgebung ausgeführt werden kann. Martinez verweist auf einen kürzlich veröffentlichten Proof-of-Concept, POC-Code, der diese Lücke gezielt ausnutzt und auf einschlägigen Hacker-Foren bereits die Runde macht. Die Folgen eines erfolgreichen Angriffs können gravierend sein. Ein kompromittiertes System könnte für eine Vielzahl von kriminellen Aktivitäten verwendet werden, darunter Datenexfiltration, manipulative Änderungen an Datenbankinhalten und das Einschleusen von Malware. Im schlimmsten Fall könnte die gesamte IT-Infrastruktur eines Unternehmens lahmgelegt werden, was massive finanzielle und reputative Schäden nach sich ziehen könnte. Das Apache Software Foundation, ISF, Entwicklerteam hat schnell reagiert und arbeitet derzeit intensiv an einem Sicherheitspatch. Laut einer offiziellen Mitteilung der ASF wird die Veröffentlichung einer neuen Version, die die Schwachstelle behebt, innerhalb der nächsten Woche erwartet. In the meantime, ASF recommends that users of HugeGraph make specific security configurations to minimize the risk of an attack. These preliminary countermeasures include disabling certain insecure functions and adjusting firewall settings. Experts recommend implementing the following steps immediately until the official patch is available. Disable remote connection to HugeGraph and only allow local connections. Setzen Sie strenge Firewall-Regeln, um unautorisierte Zugriffe zu blockieren. Überwachen und protokollieren Sie alle eingehenden HTTP-Anfragen auf ungewöhnliche Aktivitäten. Erstellen Sie regelmäßige Backups und überprüfen Sie deren Integrität. Unternehmen und Organisationen, die Apache HugeGraph verwenden, sollten sicherstellen, dass alle Mitarbeiter über die entdeckte Schwachstelle informiert sind und die IT-Abteilung regelmäßig auf dem neuesten Stand halten. Externe IT-Sicherheitsaudits können helfen, vorhandene Sicherheitslücken aufzudecken und zu beheben. Während viele Sicherheitsvorfälle auf fahrlässige Konfigurationen oder mangelnde Schulung zurückzuführen sind, unterstreicht dieser aktuelle Fall die Bedeutung eines proaktiven Sicherheitsmanagements. Dr. Raul Vega, a renowned cybersecurity expert, comments, Such security vulnerabilities illustrate that constant vigilance and rapid responses are essential to ensure the integrity and security of our systems. In a connected world where cyber threats are ubiquitous, a poorly secured system can have devastating consequences. Incident response teams worldwide are prepared to minimize potential damages and help companies restore the full functionality and security of their systems. However, it is to be hoped that the affected companies take the situation seriously and do not underestimate the danger posed by this exploit code. In conclusion, it can be said that the current threat posed by the security vulnerability in Apache HugeGraph requires extensive precautions and rapid action. Unternehmen sollten sich der Dringlichkeit bewusst sein und die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen so schnell wie möglich umsetzen, um sich gegen potenzielle Angriffe zu wappnen. Anita Farke, Freitag, 7. Juni 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.